Drei Sachen, die mir im Backstage nicht fehlen dürfen. Nummer eins, das Steamen. Das zweite, die mir nicht fehlen dürfen, ist in dem Kühlschrank, wo so Wookie Geräusche macht. Das ist ein glutenfreies Bier. Das dritte, die mir nicht fehlen dürfen, ist hier hinten. Das ist dem Kräutli sein famous Schuhwichse-Set. Kräutli, kannst du noch mal ein wenig wichsen?